Mr. Jax, haben Sie schon entschieden, wer die Stelle des stellvertretenden Direktors bekommen wird? Ich werde mich zwischen Ihnen und Stu entscheiden. Stu Rubin, der Neue? Stu hat keine Angst, auch mal harte Entscheidungen zu treffen. Ich habe auch kein Problem damit, harte Entscheidungen zu treffen. Sie werden es erfahren, sobald es entschieden ist, okay? Werden Sie mir helfen? Bitte. Okay. Da ist eine ältere Frau, die um einen Aufschub ihrer Hypothekentilgung bittet. Wir müssten Sie sonst aus Ihrem Haus werfen. Wir haben hier schon zwei Fristverlängerungen zugestanden. Das ist eine harte Entscheidung. Fällen Sie sie. Ein weiterer Aufschub steht außer Frage. Wo soll ich denn dann wohnen? Es tut mir wirklich leid. Ich habe noch nie um etwas gebettelt, aber jetzt unterwerfe ich mich Ihrer Gnade. Ich flehe Sie an. Lassen Sie mich los. Sicherheitsdienst! Sie beschämen mich. Lamiya. Schon bald werden Sie es sein, die vor mir betteln wird. Jemand hat Sie mit einem Fluch belegt. Es ist der Lamiya, der meistgefürchtete aller Dämonen. Die ersten drei Tage quält der böse Geist seine Opfer. Danach kommt er, um Sie mitzunehmen. Mitzunehmen, wohin? Um für die Ewigkeit in der Hölle zu schmoren. Er will mich holen. Bitte, jetzt hör mir zu. Da konnte ich überhaupt nichts holen. Wie werde ich das wieder los? Ich hasse ihn. Bitte, kommt her. Sie können den Fluch weitergeben. Sie können den Fluch belegt, um Sie mitzunehmen.